hakuna matata liebe freunde das ist afrikanisch in der sprache der swahili und bedeutet frei übersetzt alles in bester ordnung und wörtlich übersetzt heißt hakuna es gibt keinen und matata palaver streit oder kampf also in diesem sinne habe ich mal eine ganz andere begrüßung gemacht für euch ich finde das hat auch ein bisschen aussage weil wenn wir immer alle so sagen hallo und herzlich willkommen finde ich es klingt zu abgedroschen jetzt ist es ja so dass und das gut so von euch das ist immer auf meinem kanal in den kommentaren natürlich ein bisschen zu einem heftigen palaver nicht aber es ist gerechtfertigt der eine sagt so von wegen hier naja wusstest du nicht wohin hast aber trotzdem erwarten wir mal bei kilian ab noch ein bisschen experience points schaffen können auf der anderen seite muss ich auch zugeben ich war in der letzten folge doch reichlich unorientiert das habt ihr auch festgestellt und das ist halt eben manchmal so ich spiele halt eben eigentlich blind also ich kann jetzt nicht so großartig vorausschauend wissen weil ihr wisst ja ja dass ich das noch nicht so ganz durch gespielt habe das spiel also seit ja kennen da das wurde ja auch diskutiert ja und ich bin halt eben auch selber ein bisschen zweigeteilt auf der einen seite wie kann ich den zuschauer recht machen und auf der anderen seite wie kann ich ehrlich sein zu den zuschauern und deswegen ist das natürlich eine kehrseite wenn ich für mich alleine spiele dann ist klar dann nimmt man sich länger zeit und hat nicht so den druck für andere irgendwie schnell im spiel voranzukommen und dass diesen druck bin ich so ein bisschen ausgesetzt und dann kann es passieren dass ich einige dinge überlese oder übersehe oder gar nicht aufrufe wie zum beispiel das logbuch was an dieser stelle jetzt mal machen und zwar der seer die nächste spur für die alte bibliothek im canyon dort könnte eine weitere stein tafel zu finden sein die uns vielleicht verrät was die priester des alten volks beschlossen haben des weiteren haben wir natürlich auch noch die bibliothek im canyon als einzige quest also als oberste quest die nächste spur für die alte bibliothek des canyon dort soll eine weitere stein tafel zu finden sein richtig gut okay und wenn ich irgendwas noch nicht aufgemacht haben sollte weil ich jetzt dabei bin jetzt noch die andere stein tafel zu finden in der bibliothek wo ich dachte ja mein empfinden für bibliothek ist also ein bücherraum und insider wissen ja das ist doch eine bibliothek kann ich verstehen weil eben ich sehe regale und auch in gothic sieht man auch jede menge holzregalen mit vielen vielen büchern drin das ist für mich halt eben die auslegung einer bibliothek und die stein die stein gebildet dort die steinfiguren des alten folges mit den stein tafeln ist klar was würde ich sagen ich empfinde es mehr so als eine eine ein kabinett richtig so ein steinfiguren kabinett als alter vincent price fan der auch filme gemacht hat das wachsfiguren kabinett war halt eben raum voller wachsfiguren und gut okay das verständnis einer bibliothek sei mir geschuldet dass ich das halt eben fehlinterpretiert habe und wirklich in einer bibliothek geguckt habe doch ich bin ja bis kilian gekommen und habe den tipp bekommen ich könnte bei ihm noch einen wichtigen zauber lernen und zwar eine natur zauber der da ist ziemlich weil sie unwetter und das ist gut wind hause wind faust eispfeige leichte wunden heilen und wetter ist cool kostet auch nur fünf lp das ist gut schön haben wir das auch erledigt dann gucken wir doch mal nach und zwar unter allgemein infos das herstellen von spruch rollen habe jetzt vorher geguckt das herstellen von runen aber das so wie das hier aussieht ist das zusammengefasst zutaten für die rune spruch rolle ohne und spruch rolle feuerball und wir lesen jetzt ganz unten zutaten für die rune und spruch rolle unwetter ein gletscher quartz und einen flügel okay ein gletscher quartz und einen flügel gucken wir mal ob wir das haben so flügel haben wir 61 und da gletscher quartz auch unter verschiedenes zu finden sein müsste wo ich habe probleme mit meinem mixer aber gleich mal gucken geheimnisvoller kristall okay diese sequenz muss ich noch zu ende reden oder angucken berg kristall habe ich wohl kein das ist erz was maragd ich habe kein berg kristall ist interessant deswegen kann ich auch am pult hier bestimmt kein unwetter schreiben uns das ganze noch mal an schreibe in april tinger fünfter magiekreis genau leider nicht ja und der tipp war er sagt den ich übersehen hatte also ich habe ja im schnitt gesehen dass irgendwie rechts kurz der sarg aufflackerte und ich mir natürlich auch an den kopf geklatscht aber noch gesagt mein gott da ist doch bestimmt was drinne und es wurde bestätigt der sarg ist wohl das versteck einer weiteren steintafel dann werden wir mal eben kurz darunter so auf geht's rein und das war die linke seite wo sie ganz vielen so gucken wir mal hier sicherheitshalber hier noch mal gucken nein da ist kann sagt hier liegt noch was soll auch die ecken habe ich vergessen gehabt hier lässt sich der sagt auch nicht jetzt gehen wir runter da ist ja der sagt den ich vergessen hatte und nicht gegen die was hinten da okay ja dann ist das dieser sarg hier so joldener ring und steintafel aus bibliothek ein alter text kaum leserlich scheint aber wichtig zu sein vielleicht kann ich ihn später noch übersetzen dann nehmen wir das mal mit dann schauen wir mal ins logbo unter der sehr die nächste spur führt in die alte bibliothek des canyon dort könnte ich eine weitere stein tafel die wir jetzt gefunden haben und noch mal hierzu okay gibt es keinen weiteren neue eintrag also was bleibt mir anderes übrig als noch mal zum sehr ame no fees haben jetzt eine wieselsbrücke gebaut und den namen richtig gut zu merken das war nämlich armen oder von dem lied arme no arme no nicht weil sie das kennt und dann fies ganz fies okay auch zu ame no fees man muss man diesen zeit noch mal ein bisschen lustig sein finde ich kann nicht alles so ernst nehmen und und war na es ist auch schwierig ich glaube es ist für jedermann schwierig dann in der heutigen zeit da mal bisschen klaren gedanken zu fassen so das müsste eigentlich jetzt schon gleich in ein paar paar sekunden erledigt sein da haben wir schon gucken wir mal steintafeln aber erstmal abspeichern mittlerweile hat er schon mal sein getränk wieder in die tasche gesteckt ich habe wieder eine steinplatte gefunden wir haben glück mal sehen ob wir mehr erfahren werden aha man hat die himmelsscheibe in der pyramide von corinnes aufbewahrt vielleicht haben wir glück und sie ist dort noch zu befinden wie soll ich in die pyramide gelangen ich habe dort bisher keinen eingang gefunden meine vorfahren haben beim bau der pyramide die örtlichkeit gut genutzt es gibt einen geheimgang der scheinbar noch von keinem menschen entdeckt wurde dir aber werde ich ihn verraten da wir sonst nicht an das artefakt gelangen können nun du könntest ja auch selbst die steinplatte holen wenn ich tauchen könnte würde ich das auch tun tauchen ja der große fuß von corinnes endet an der brücke über die man zur pyramide und dem nordteil der insel kommt am grunde des fußes fließt das wasser unterirdisch weiter dort findest du den geheimgang der gang führt zu einem großen tor den du mit diesem schlüssel öffnen kannst woher hast du den schlüssel ich bekam ihn von meinem vater der wiederum ihn von seinem vater erhalten hat wenn du in der pyramide bist solltest du in allen truhen nach dem artefakt suchen wenn ein schlüssel fehlen sollte rate ich dir den gang zurück zu gehen es gibt dann nämlich einen kleinen nebengang wo vielleicht der schlüssel versteckt sein könnte und dann wäre ja alles geklärt oder sagen wir fast am grunde des fußes also flusses ist ja gemeint aber ich hätte da am grunde meines fußes oder meiner füße hornhaut jeder mensch okay spiel mir eben fiel mir ebenso spontan ein wir haben ein problem ein problem wie meinst du das ich wurde in der bibliothek von einigen kapuzenmännern angegriffen und schergen belias dann sind diese sehr wahrscheinlich hinter der klaue ja womöglich auch hinter der himmelsscheibe her die suche wird immer gefährlicher aber es hilft nichts wir dürfen uns davon nicht abschrecken lassen weder die klaue noch der schild dürfen in ihre hände fallen okay das ist ist wahrscheinlich eine vergessene frage gewesen heilen braucht er mich nicht doch klar kannst du mich ein bisschen dann genau adanos bla 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 ja das ist doch mal interessant auch wieder mal ein logbuch eintrag wert die alte pyramide die nächste spur führt in die pyramide von corinus um dorthin zu gelangen muss ich an der stelle wo der fluss endet tauchen um in den geheimen gang zu gelangen vielleicht ist dort die himmelsscheibe aufbewahrt dann hatten wir noch den sehr gehabt so da steht auch die nächste spur führt in die pyramide ja und dann noch ich berichtete dass ich in der bibliothek auf schergen belias gestoßen bin armenophis befürchtet dass diese auch auf der suche nach den artefekten sind wenn wir mal speichern also brauche ich einen übergang nach corinus was habe ich denn jetzt ausgewählt ruiden schreien ja das ist doch das ist doch die rune nach kilian richtig stand aber wohnstein zum droiden kilian und ok dann hatte ich ja in der letzten folge diesen weg mit den treppen gemacht da war mir noch in erinnerung dass man da wieder nach corinus über wechseln kann das werde ich dann auch im schnellverfahren machen denn da hinten heilpflanze denn da hinten ist ja hier die höhle und da nicht dann weiter voranschreite bin ich wieder in der hoffentlich in der corinus world was man ja hier an diesem bildchen sehen kann doch bevor ich genau zur pyramide mich teleportieren lasse werde ich noch für den könig die quest unten erledigen bei einem schamanen oder apotheker heute also bei ignaz gegen stacheln und zirpen nesseln und so was hoffentlich habe ich das jetzt alles gucken wir mal erst mal ich habe alles da ist schön ich habe alles gegen gut gut und zufrieden ja ja hier ist eine belohnung könnte ich vielleicht einen trank bekommen sobald du diesen fertig hast mal sehen das kann ich noch nicht sagen frage mich wenn es soweit ist wenn ich das jetzt frage dann müsste ich wohl die nacht warten was machen wir mal eben indem wir mal hier in seinem bettchen schlafen was macht der trank tut mir leid dass es so lange gedauert hat aber ich musste erst mein buch wiederfinden jetzt aber ist der trank fertig und dieser trank heilt alle vergiftungen und krankheiten er sollte auch dagegen immun machen man braucht nur den inhalt einer flasche das genügt allerdings 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 was nun die wirkung des tranks müsste noch getestet werden vielleicht kann es mir dabei helfen was soll ich tun nun zunächst den trank probieren hier ich hoffe dass es nicht gefährlich ist ach was keine spur du kannst mir vertrauen sehr schön dann speichere ich mal an dieser stelle ab und dann gucken wir mal nach was wir denn im logbuch haben weiter unten gegen gift habe ich die zutaten gegeben ich soll ihn noch mal ansprechen wenn ich mit dem trank wenn er mit dem trank fertig ist vielleicht überlässt er mir einen gegen als möchte dass ich den trank trinke hoffentlich überlebe ich das dann schauen mal welches leckere getränk das dann ist das könnte die flasche sein diese mittel macht immun gegen das gift vieler monster das brauchen wir auch ja haben wir jetzt getrogen können was jetzt und jetzt wie fühlst du dich irgendwie gesünder ein gutes zeichen aber wir müssen sicher gehen und wie ich habe erfahren dass sich ein ripper am leuchtturm aufhalten soll wie du weißt verbreiten diese tiere bei ihrem tod eine giftige wolke probiere ob der trank sich davor schützen wird das ist nicht gerade ungefährlich wie wenn mich das vieh vor über den haufen rennt das sehe ich ein aber vielleicht lässt du dich doch auf das risiko ein wenn ich dir zur lohnung an elixier des lebens gebe das lässt sich hören einverstanden haben wir denn das gekriegt das elixier des lebens habe ich jetzt nicht so mitgekriegt könnte sein elixier der heilung gut dann werden wir uns mal zum leuchtturm auf machen und jetzt ist mir auch aufgefallen ich habe immer noch die nomaden rüstung an oder scheint hier kein zu stören leuchtturm muss ich mal eben noch mal die rune einsortieren hoffentlich ist er nicht gerade da ist er ja schon jetzt habe ich natürlich nicht geguckt ob er mir was war ich jetzt habe ich jetzt jetzt habe ich nicht auf meine energie geguckt das werden wir alles feststellen können gut okay dann wieder runter zum ignetzle mann 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 auf was man nicht alles achten muss aber ihr werdet bestimmt darauf geachtet haben aber ich muss ja sowieso hier zu bestätigen noch zu ignetz rüber also es hat funktioniert das gift des rippers konnte mir nichts anhaben ausgezeichnet du hast der wissenschaft einen großen dienst erwiesen dein name sollen allen wissenschaftlichen büchern erwähnt werden du wirst berühmt werden und gib mir einfach nur meine belohnung ja zerstreute ignetz schön das war ja auch kein wunder dass ich schon ein bisschen verletzt war weil der ripper mich ja schon vorher angegriffen hatte ja und ein wertvolles buch das wäre dann jetzt unter erfüllte missionen gegen gift gucken wir mal wo es ist ja das hat schon ein bisschen gedauert bis ich es gefunden habe was ja ganz unten ist da steht dass ich gegen ein monster kämpfen soll was ignetz möchte welches ein tod und giftfolge hinterlässt am leuchten soll sich ein ripper aufhalten wenn ich die giftfolge das tier überlebe ist dass der beweis dass ich immun gegen das gift geworden bin was was ich ignetz dann mitteilen soll zur belohnung winkt mir ein elixier des lebens ich denke schon dass ich der wirkung des tranks vertrauen kann aber was hindert den ripper daran mich vorher über den haufen zu rennen ignetz ist sehr zufrieden über das ergebnis unseres versuchs und versprach mir dass ich in irgendwelchen büchern erwähnt werden soll doch das ist mir wurscht hauptsache ich bin immun gegen das gift der monster und habe ein elixier des lebens bekommen das ist doch schön jetzt geht's zur pyramide gespeichert rune angelegt und so jetzt kann ich mich noch an so einen alten eintrag erinnern muss ich selber mal gucken habe ich die kartisch auch schon vorbereitet die habe ich noch nicht vorbereitet jetzt habe ich es angelegt und wir stehen unmittelbar vor der pyramide und ich habe schon was hören können irgendwas befindet sich hier wieder neu waffe ziehen schnelligkeit kontrollieren und gucken scouten wie kann es anders sein liebe freunde suchende pupurende ja ja okay der ist näher dran kieksen wir mal an dann kommt er sowieso ums eck kann ich einfach nur gucken und warten bis er kommt na der ist da schon gut speichere ich mal lieber stehe mich mal um dann da hinten ist der nächste ich werde mich mal ein bisschen betrinken mit heilkraft schauen wir mal ob wir ein bisschen deckung haben das ist gut er kommt wieder ganz nah ran machen wir das auch so wo schießt doch mal schießt doch jetzt hat er geschossen das war ein bisschen hakelig jetzt ein bisschen auf der stufe hier oben stand okay auch das ist erledigt diese flöten musik so richtig klasse weiter gucken hier wird denn hier noch suchende kann man natürlich vorstellen dass es noch mehr welche noch mehr welche gibt noch mehr welche gibt tolles deutsch ja weiß ja nicht wo die sich verstecken diese schergen billiards und rachen schnell da ist noch ein drachen snapper wenn ich einen davon sozusagen anpickse dann kommen sie zusammen das weiß ich sollte mal was trinken jawohl strampelt mal lustig vor euch hin kriegen wir nur einen an ok da hat mich schon es kommt ach ja und jetzt probiere ich das mal aus ah ok gut doch das haben wir geschafft somit wenn einer ausweicht dann sollte ich irgendwie nach vorne schlagen ich riskiere das jetzt mal das wurde mir auch kritisiert aber ging doch weiter geht so hier haben wir eine pyramide und haben wir noch eine pyramide trotzdem erstmal hier das umfeld erstmal absichern wie alles safe ist seht ihr noch nicht so ganz ähm durch bäume können sie durchschießen das könnte klappen ja ok bisschen schwund ist immer auf leisen sohlen gucken also am ende des flusses also bringt es noch nichts wenn ich hier irgendwie direkt zur pyramide gehe ach hier haben wir was nee das ist das ist gebüsch irgendwie habe ich irgendwie habe ich noch ein problem hier mit meiner technik aber das soll nicht davon abhalten dass wir weiter suchen ok dann werden wir mal noch mal ganz genau überlegen wo das mit dem fluss ist lasst uns mal gucken welcher fluss damit gemeint ist sehen wir hier einen flusslauf jein also hinter mir sozusagen da ist ein fluss und endet irgendwo das müsste es eigentlich sein also kehrt absatz und richtung fluss würde mich nicht wundern wenn wir auch so ein bisschen behindert werden also auf den Wegen hier gestört werden gucken wo war der nochmal in welcher Richtung nee der ist auf der anderen Seite hier genau dann kommen wir zu so einer Brücke ach ich wusste es ach wie lustig welcher kräftiger kräftiger scavenger ist denn das ja kommt doch alle lecker an mir doch egal mir doch egal one hit wonder so der zweite wo war der zweite oder haben die sich jetzt überlagert nee da war auch das haben wir da hinten dieser so okay wir gehen jetzt mal hier durch genau hier ist die Brücke irgendwie am Ende des Flusses so wie ich das verstehe soll das hier sein gucken wir nochmal genauer hin hier oh ich höre lurker ach da unten sind lurkertjes mhm vielleicht sollte ich bevor ich da runterspringe die lurker mal eventuell one shotten da komme ich nicht so ran ups nee machen wir das machen wir das Risiko halt eben jetzt äh hier sehe ich keine lurker ja da ist ein stein auf den ich fallen könnte und kaputt gehen könnte okay und los okay und hoffentlich ist der Fluss tief genug ja ist er sehr gut und hoch geschwommen bitte da ist er schon der lurker und der greift mich so noch nicht an er macht den zappler hier und dann zappel mal rum starker lurker guck mal ob es noch welche gibt ne okay okay wenn jetzt hier das ende des Lustes ist müsste ich tauchen und dann einen geheimen Eingang finden Tatsache das ist einer aha so jetzt müssen wir bloß gucken dass wir hier an der Oberfläche wieder kommen da zum Beispiel oh es gibt gleich zwei okay ich hoffe dass das hier ja das habe ich mir gedacht das ist hier mal zum Luftschnappen ähm jetzt wieder weiter jetzt muss ich mal gucken ob das dann ja hier ist eine große Öffnung ja angekommen wären wir und liebe Freunde ich darf mich verabschieden ich hoffe hat es euch gefallen und wir sehen uns später wieder wenn ich die auf der Suche nach diesen Artefakten bin Himmelsscheibe ne war das gut bis dann tschüss Euer David Bis zum nächsten Mal.